Seekräuter Auch ein bisschen unsere Meinung dazu Genau Das Update 087 wird am Donnerstag, den 22. August Von 7 bis 10 Uhr aufgespielt Da werden die Server nicht verfügbar sein Updategröße 1 Gigabyte Dann scrollen wir direkt nach unten Und schauen uns hier mal die Zerstörer an Denn die werden jetzt von T2 bis T8 Auf dem Server verfügbar sein Ich weiß, da gab es diese Sonderaktion Dass ihr auch teilweise T9 Zerstörer schon haben konntet Offiziell kommt T9 und T10 Aber erst in den Forschungsbaum Mit dem Update 088 Also kommen jetzt am Ende 3 Zerstörer hinzu Nämlich T2, T3 und T4 Die 5 bis T8 War ja schon aus diesen Kisten Mit diesen Sonderaufträgen zu holen Das ist eigentlich alles, was man zu den französischen Zerstörern Jetzt groß sagen kann Da gab es ja schon im Vorfeld viele Berichte drüber Und auch Schiffsanalysen und so weiter und so fort Deswegen will ich euch das jetzt hier ein bisschen sparen Denn es gibt viel, viel wichtigere Inhalte Was ihr genau erspielen könnt und so weiter Und dazu kommen wir nämlich jetzt Wir schauen uns nämlich die Direktiven an Genau, es wird neue Direktiven geben Die alten Direktiven und die alten Marken, die ihr da bekommen konntet Die Marken, falls ihr sie noch nicht vollständig habt Könnt ihr nur noch aus den Containern bekommen Es gibt jetzt neue Tokens, die ihr dort erspielen könnt Und weil wir gerade schon bei den Erspielen der Schiffe waren Auch dieses Mal gibt es die Möglichkeit, dass ihr Aufträge aus den Kisten, aus den Containern bekommen könnt Da könnt ihr euch unter anderem die Degras, die Egle, die Gascogne oder die Litte Rible erspielen Premium Schiffe, die ihr euch nicht kaufen müsst Es gibt dieses Mal die sogenannten französischen Marken Es gibt also eine neue Sektion dann auch im Waffenarsenal Die Ehrenlegion sozusagen Die französischen Waffen sind dort drinnen Und was könnt ihr dafür bekommen Wenn ihr euch sie dann erspielt Über die Direktiven und aus den Kisten Ihr könnt einen recht interessanten Kapitän Den wir euch schon mal im Vorfeld so ein bisschen vorgestellt haben bekommen Und einen zweiten Punkt Der auf den ersten Blick sieht es erstmal so aus Keine Schiffe, sondern nur Kapitän Aber es gibt noch einen sehr interessanten Punkt Weil der Kapitän braucht nur 2100 französische Marken Oder Tokens Und ihr werdet aber die Möglichkeit haben Wesentlich mehr zusammen zu spielen Und ihr könnt euch für 350 von diesen Tokens Dublonen umtauschen Zu einem relativ guten Kurs, wie ich finde Nämlich für 350 Tokens kriegt ihr glatte 250 Dublonen Sodass ihr euer Dublonenkonto im Laufe der Zeit Halt auch mal wieder ein bisschen aufstocken könnt sozusagen Das ist ja eine coole Aktion Da sind wir Dublonen für diese Marken raushauen Und ich habe mal ganz fix gerechnet Ihr braucht 18 Container Also 18 Premium Container Im schlimmsten Fall, wenn man sich die kaufen möchte Um diesen Kapitän direkt freizuschalten Und ihr seht da oben die Dublonenpreise Ich persönlich gehe davon aus Dass im Premium Store Wahrscheinlich ab Freitag oder Samstag Dann diese Container auch für ganz normale Euros geben wird Und da ist es ja am meisten ticken günstiger nochmals Wenn man die Dublonen benutzt Genau Noch ein kurzes Wort zu den Direktiven Das sind insgesamt 44 Aufträge Die euch da erwarten in vier Direktiven Wie ihr es schon kennt und gewohnt seid Jede Woche beginnt eine neue Direktive Und ihr könnt erst mit der neuen Direktive beginnen Wenn ihr die sechs Aufträge mindestens aus der vorherigen abgeschlossen habt Und das Ganze kann wie immer in Unternehmen Zufallsgefechte oder Koop-Gefechten passieren Einige Aufträge, das ist auch noch eine kleine Besonderheit Sind sogar in Clan-Gefechten verfügbar Also da müsst ihr ein bisschen gucken Ihr wisst das ja bei den Direktiven Wenn ihr auf eine Direktive klickt Dann seht ihr immer darunter, welche Schiffe von welcher Stufe mindestens sind Und worin ihr sie erfüllen könnt Und da gerade ja Klagen-Gefechte laufen Ist das vielleicht gar nicht verkehrt So ist es Und dann gibt es ja noch diese täglichen Lieferungen Wieder diesen Einlog-Bonus Vom 23. August bis 6. September und so weiter Ihr müsst euch zehnmal einloggen In 14 Tagen oder so Dann kriegt ihr die Belohnung dadurch Also Premium-Spielzeit Dublonen Und hier auch zwei Kisten sind da dabei Also das, was man eigentlich schon aus der Vergangenheit so ein bisschen kennt Muss man sagen Genau Den französischen Kapitän hatten wir euch wie gesagt schon mal vorgestellt Der hat halt ein paar nette Bonis mit dabei Die man auch nochmal nachlesen kann Bei zum Beispiel alle zwei Millionen potenziellen Schaden TP erhöht sich die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes um 8% So dass ihr dann, wenn ihr richtig viel potenziellen Schaden einsteckt Auch mit einem Schlachtschiff wie ein Zerstörer durch die Gegend Die ist theoretisch praktisch sicherlich nicht Aber trotzdem Es sind einfach neue Boni, die er hat Die er mitbringt Und die sind durchaus auch nicht uninteressant Genau Und dann kann man vielleicht noch sagen Die Republikmarken verlieren demnächst ihre Gültigkeit Also die kann man jetzt noch bekommen Aus diesen komischen Containern Aber mit dem nächsten Update Also Update 088 Werden sie dann für Creditpunkte 1 zu 12.000 umgetauscht Ja Dann sind wir eigentlich schon unten Und zwar beim Forschungsbüro angekommen Früher NDC hieß Heißt jetzt ja Forschungsbüro Wir haben euch dazu zwei Videos bei uns auf dem Kanal gemacht Wo wir nochmal genau das Forschungsbüro Unsere Gedanken dazu und so weiter erklären Es ist wirklich Hat sich einiges getan Also man sollte sich unbedingt nochmal auf den aktuellen Stand bringen Was das Forschungsbüro jetzt bedeutet Es hat nämlich auch einiges an Nachteile Wie ich persönlich finde Gerade wie wir schon gesagt haben Habt ihr zum Beispiel ein Schiff erspielt Gewonnen Ja aus irgendeinem Container geholt Zu Weihnachten gibt es ja auch immer Forschungsschiffe teilweise Die man sich da erspielen kann Ohne die Forschungspunkte benutzt zu haben Und ohne Credit zu investieren Wenn ihr die jetzt resettet Müsst ihr aber die Credits wieder ausgeben Also ihr gebt richtig ordentlich Schiffscredits aus Um dann möglicherweise eine Colbert oder Ohio zu bekommen Das muss euch einfach bewusst sein Ich will das gar nicht verurteilen Soll jeder machen wie er möchte Ich möchte euch nur oder wir möchten euch nur Darauf hinweisen Dass das euch massiv viele Credits kostet So eine Ohio wird euch locker dann mal zwei Ja 200 Millionen Credits sind bestimmt drinnen Weil ihr die Bäume ja drei, vier Mal resetten müsst Und bei euch immer die Schiffe komplett neu kaufen müsst Und ihr kriegt nur 50% beim Resetten zurück Das ist nochmal ein Hinweis von unserer Seite Also kleines Beispiel zum Beispiel Denkt mal an die russischen Schlachtschiffe Da konntet ihr das eine oder andere vorher schon Durch einen Auftrag erspielen So wie jetzt auch bei den französischen Zerstörern Wenn ihr die resettet Kriegt ihr dafür natürlich kein Geld zurück Weil ihr habt ja auch kein Geld bezahlt Ihr müsst sie aber, wenn ihr es wieder erforscht Trotzdem voll bezahlen Das heißt ihr müsst das Schiff Was ihr vorher umsonst bekommen habt Jetzt nochmal bezahlen Und ihr müsst es ja nicht nur einmal zurücksetzen Sondern mehrere Male um die Punkte zu kommen Also es wird eine teure Sache Noch ein Punkt Im Moment wird es erstmal nur die Colbert geben Als Belohnung Die Ohio wird später Und wie immer weiß man bei Wargaming nicht Was später heißt Aber sie wird später kommen Derzeit also erstmal nur die Colbert dazu So ist es Ja und dann gibt es halt diese komischen Pakete Wo man FreeXP für bekommen kann Oder Signalflaggen eintauschen kann und so weiter Würde man dann sehen wie sie das durchsetzt Es gibt vielleicht den einen oder anderen Der das jetzt cool findet Soll auf jeden Fall gerne Warum nicht Wir wollen euch nicht davon abhalten Es geht mir einfach nur oder uns nur darum Dass wir euch informieren Und zwar umfänglich auch über die Nachteile gegebenenfalls Muss man einfach so sagen Zu Risiken und Nebenwirkungen Sprechen Sie mit den Sea Crowds Oder lesen Sie bitte das Kleingedruckte Genau Und dann sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt Der gewertete Sprint Lass uns mal überlegen Wir haben gerade Clan Wars Wir haben gerade die Gewerteten noch gehabt Ja genau Und jetzt haben wir gleich schon wieder einen gewerteten Sprint Kann man halten davon was man will Die einen sagen Wow so viel zu tun So toll So geil Die anderen sagen Hätte man das nicht eher so ein bisschen nacheinander machen können Aber wie auch immer Es kommen gewertete Sprints Und zwar ab dem 5. September Bis zum 14. September Habt ihr Zeit im Format 7 gegen 7 Und Achtung Sowohl mit Zweierdivie Als auch mit Flugzeugträger im Team Es gibt wie immer 10 Ränge Aber die sind alle in einer Liga Also es gibt keine verschiedenen Ligen Nicht wer auf Platz 5 ist Kann mit einem Achter nicht mehr spielen Oder sowas in der Richtung Wichtig gute Neuerung Und das Ganze natürlich ganz wichtig Auf T6 So ist es Ja Das finde ich auch cool Noch eine Sache Die man erwähnen sollte Es gibt keinen Stahl zu gewinnen Ihr wisst bei den Sprints Gibt es Kohle Gibt es Fähnchen Solche Sachen Aber bitte nicht enttäuscht sein Es gibt keinen Stahl dafür Genau Aber Kohle kann man ja gut gebrauchen Im Spiel kommen wir später noch da So würde ich sagen Ja und dann gibt es Änderungen An der Spielmechanik Und zwar in erster Linie Beim Matchmaker Viele von euch da draußen Haben regelmäßig Probleme Wenn sie Also ihr fahrt sicherlich gerne Die Bismarck jetzt als Beispiel Ja Und ihr kommt immer wieder Und regelmäßig in T10-Gefechte Ihr seid Low-Tier Teilweise nur ein einziges Schiff Im Low-Tier Also als T8 Alle anderen sind T9 T10 und so eine Sachen Und das soll jetzt Mit diesem ersten Schritt Das wird mit dem Update 0.8.8 Soweit ich informiert bin Noch mal einen weiteren Schritt geben In der Beziehung Eingeführt werden Dass sich quasi der Matchmaker Eure letzten 20 Gefechte merkt Und mitbekommt Welche Gegner ihr in den letzten 20 Gefechten hattet Und auf der Tierstufe 8 Ist es so Dass ihr maximal 40% der Gefechte Die ihr fahrt Also der letzten 20 Gefechte Dann noch T10 als Gegner In eurem Kampf haben könnt Das heißt Ihr habt auf jeden Fall mal Mehr als 10 Gefechte Also 11 Gefechte Wo ihr nicht Ja Gegen T10 Schiffe kämpfen müsst Sondern halt maximal Gegen T9 Schiffe Plus 1 Matchmaking Dann sozusagen Also das finde ich persönlich Schon mal Eine relativ coole Sache Dass sich dem jetzt endlich Ein bisschen annehmen Dass das so ein bisschen Ausnivelliert wird Dass man sagt Okay das ist jetzt eher Plus 1 Matchmaking Statt plus 2 Das hat man also Nur in 40% der Fälle Ist halt Zufall Ja man muss erstmal Die ganze Geschichte aufbauen Er muss erstmal Die 20 Gefechte gemacht haben Um Dass der Matchmaker Sich so ein bisschen Wie nennt sich das Kalibriert Und danach hat er sich Dann kalibriert Und dann habt ihr Ein bisschen mehr Spaß Denke ich Und dann macht auch Die Bismarck wieder mehr Sinn Ich bin da nicht Ganz so begeistert Wie du davon Ich finde es grundsätzlich toll Keine Frage Aber mir sind ehrlich gesagt Die 40% Immer noch viel zu hoch Das heißt Von 20 Spielen Fahre ich trotzdem noch 8 Aller Wahrscheinlichkeit Nach gegen T10 Und habe 11 bis 12 Dann T9 oder T8 Oder sowas in der Richtung Das ist mir ehrlich gesagt Immer noch zu viel Und das wird auch nicht Unbedingt zur Begeisterung Der breiten Masse beitragen Oder T8 Was ja indessen Sehr unbeliebt geworden ist Weil du halt meistens In T10er Gefechten kommst Dadurch sehr viel beliebter machen Also ich hoffe Dass sie wirklich In dem zweiten Schritt Noch mehr dahin gehen Und sagen wir Zersieren das Ganze Noch ein bisschen mehr Und Komm langsam Aber sicher dann doch Bei diesem Plus 1 Minus 1 Was ja schon lange Mal irgendwo im Gespräch War und so weiter Es ist ein erster Schritt Und insofern Warten wir es mal ab Genau Aber es gibt ja noch Mehr Änderungen Genau Es gibt noch viel mehr Änderungen Der Autopilot wird verändert Und zwar werden jetzt Zum Beispiel Die Kurven Die der Autopilot Fahren muss Mit einberechnet Also ihr habt jetzt Nicht mehr Zackige Kurse Also eckige Kurse Sondern die Kurven Wären komplett Ausgezeichnet Inklusive Driftwinkel Und allem drum und dran Das heißt Es sollte für euch Einfacher möglich sein Den Autopilot Kurs Gerade als Flugzeugträger Und ich sage das Mit Absicht Weil ich einer der Flugzeugträger Piloten bin Die mindestens schon Dreimal gestorben sind Wo der Flugzeugträger Als Scheiße gebaut hat Durch den eigentlich Richtig gesetzten Autopilot Kurs Naja Wie auch immer Das wird jetzt besser sein Außerdem steht hier auch Dass der Autopilot Sich in Zukunft Selbst aus der Situation Befreien können soll Wenn er mit einer Insel kollidiert Ja Also ihr gebt einen Kurs vor Und er driftet dann In die Insel rein Und dann fährt er Automatisch rückwärts Und setzt wieder vorwärts Um dann auf den Kurs Weiter zu fahren Man konnte das teilweise Schon ein bisschen Auf dem Test Server Verfolgen Wenn man dort Den Autopilot Gesetzt hat Dann war das bisher Ja immer so gerade Eckig und so weiter Und jetzt fährt er richtig Er zeichnet das auch Richtig auf der Karte ein Dass er um die Insel Drumherum fährt Und das funktioniert Wirklich erstaunlich gut Ja und das erscheint Er eben auch auf der Minimap Man muss nicht nur Die Taste M drücken Sondern ihr bekommt das Auch auf der Minimap Auf der rechten Seite Unten angezeigt Und die könnt ihr ja zoomen Mit der Plus Taste Auf dem Nummernblock Ja und dann Kommen wir jetzt Richtig ins Eingemachte Weil Das Update 08 7 Nämlich Ja Einige Änderungen In der Flugabwehr Beinhaltet Die so umfassend sind Dass wir gar nicht Auf alles eingehen können Also Die Flugabwehrringe Werden sich jetzt Leicht überlappen Zum Beispiel Es sind Es wird jetzt Aufbauend sein Das heißt die Short Range Da wirkt halt auch Die Long Range Und die Mid Range In der Mid Range Schiffes Korrigieren Also konzentrieren können Das ist so Es wird vor allem Ich mache jetzt Wenn man dann Ein Kartenrandfahrer war Ich sage jetzt einfach mal Als Beispiel Die Yoshino Ist ein Distanzkampfschiff Ja Es wird oft So dastehen Mit nur einer Seite Zum Gegner Das heißt Der Flugzeugträger Kann gar nicht Von der anderen Seite Angreifen Weil Das Schiff halt Sehr sehr nah Am Kartenrand Ist und so Sachen Und somit war der Sektor Immer und dauerhaft Verstärkt Und das wird er halt Jetzt nicht mehr sein Sondern man hat halt Eine Phase Wo er verstärkt ist Und man hat eine Phase Wo er nicht mehr Verstärkt ist Und der Spieler Muss immer wieder Daran denken Diesen Sektor Auch zu aktivieren Das ist auch Ein Plus Für den Flugzeugträger In dem Fall In dem er einfach Nicht mehr konstant Immer in verstärkten Sektoren fliegt Ja Muss man auch mal so sehen Auch wenn der Wenn die Sache an sich Natürlich Dafür sorgt Dass der Spieler Mehr Kontrolle Über die Flugabwehr hat Also Das wollte ich jetzt einfach Auch nochmal beibringen Es ist halt jetzt Nicht mehr möglich Den Flugabwehrsektor Jetzt einfach zu vergessen Ja Das hat ja auch Die andere Schattenseite gehabt Ist halt mal vergessen Hat wieder zurückzustellen Obwohl von der anderen Seite Angeflogen wurde Wo eben nur 50% Noch Schadensoutput war Das wird halt alles Nicht mehr möglich sein Es wird sich nach einer gewissen Zeit Immer auf 100% Wieder angeglichen werden Ihr seht hier diese Grafik Wie wir drei Kreise haben Links und rechts Stehen 100% Dann drückt ihr die Taste O Nämlich dann Wenn die Flugzeuge In eurer Feuerreichweite sind Nicht vorher drücken Weil In dem Moment Wo ihr die Taste drückt Gibt es 3,5% Der Gesamt Trefferpunkte Des Flugzeuggeschwaders Was euch anfliegt Abgezogen Instant Damage Nennt sich das Und das ist so eine Art Knalleffekt Sag ich es einfach mal 3,5% Das kann also schon Eine ganze Menge ausmachen Bei 10.000 HP Sind es glaube 350 Punkte Wenn ich jetzt so schnell Rechnen konnte Und wenn man das mal Auf die britischen Bombe hochrechnet Die ja teilweise bis Fast 30.000 HP haben Dann haben wir locker Schon mal 1000 Trefferpunkte Mit dem Knalleffekt Nur die Taste O gedrückt Schon mal weg Und dann Gibt es eben diese Steigerung Von 5 Sekunden Ja Dann erreicht ihr nämlich Den maximalen Chance Output Also von Zu 150% Bei anderen Schiffen Sind es dann 135% Dann bleibt es eine ganze Zeit Konstant bei 150% Und dann Gibt es eine Ein Zurückfahren Sozusagen Der erhöhten Alarmbereitschaft Und dann geht es wieder Auf 100% zurück Und ihr müsst dann 10 Und bei größeren Schiffen 15 Sekunden warten Bis ihr dann wieder Diese Verbrauchsmaterial Oder diese Aktion Wieder durchführen könnt Ist eigentlich Ja Wie ihr sagt Recht intuitiv Ihr werdet dazu An der linken Seite Hier unten Könnt ihr das nochmal sehen So eine Einblendung bekommen Wo der Counter Noch angezeigt wird Und ganz wichtig ist Ihr müsst nicht ganz Nach rechts gucken Ja Um den Sektor zu aktivieren Sondern leicht Die Mitte des Cursors Rechts von dem Schiff Positioniert Reicht schon dafür Dass der ganze rechte Bereich Eingeblendet wird Und wenn ihr halt Leicht nach links guckt Wird der ganze linke Bereich Verstärkt Ihr müsst also nicht Die Kamera Im 90 Grad Winkel Irgendwie hin und her schwenken Oder so eine Sachen Das ist auch Eine ganz ganz wichtige Sache Hier sieht man jetzt Nochmal den Priority Sektor Wo es einmal Darum geht Der Instant Damage Bei Zerstörern Ist der Instant Damage Nämlich sogar höher Wenn ihr wartet Bis die Flugzeuge Im Flugabwehrsektor Drinnen sind In diesem Priority Sektor Dann bekommen die sogar 5% Des Schadens abgezogen Aber nicht 5% Eure Schadens Den ihr mit dem Zerstörer macht Sondern 5% Der Gesamtrefferpunkte Der Staffel Die euch anfliegt Ja so muss man Das immer im Hinterkopf behalten Das hängt immer darauf an Umso stärker Die Flieger sind Die euch anfliegen Umso mehr Damage Kassieren sie Von diesem Instant Damage Ja dann gibt es hier Kreuzer Dann gibt es hier Schlachtschiffe Dann gibt es hier Flugzeugträger Und ihr seht Wenn die maximale Verstärkung Ist bei Kreuzern 150% Bei allen anderen Schiffen 135% Und dann gibt es hier Die Verstärkungszeit 10 Sekunden 10 Bei Schlachtschiffen 15 Bei Flugzeugträger 15 Und die Preparation Also die Vorbereitungsphase Diese gelbe hier Ist dann unterschiedlich Bei Schlachtschiffen dauert es 15 Bei Flugzeugträger sogar noch 5 Die sollen sich schneller Wieder wehren können Ja Und es gibt noch Eine massive Änderung Die wird hier unten Nämlich eingeblendet Es wird jetzt nicht mehr Das manuelle Feuer In der Flakbewaffnung Als Skill beim Kapitän geben Das Modul wird umgebaut Jetzt ist es ja noch möglich Diese Vorbereitungszeit Zu verkürzen um 20% Und wenn Also wenn ihr das aktuell Mit Update 086 geskillt habt Dann wird eben Diese Vorbereitungszeit verkürzt Und der konstante Schaden Des Sektors Um 20% gesteigert Ja In Zukunft Ja Mach weiter In Zukunft Wird es eben anders sein Der massive Flakschaden So wie er jetzt heißt Massive AA Fire Der sorgt dafür Dass dieser Instant Damage Von dem ich hier erzählt habe Diese 3,5% Eben verdoppelt wird Um 100% Das sind dann halt 7% Ne Und wenn man das Sich dann mal reinrechnet 7% bei einer Treffer Bei einer Staffel Die dann mit 30.000 Trefferpunkten Oder nahezu 30.000 Trefferpunkten Anfliegt Dann ist das schon Eine ganze Menge An Damage Also 2100 Wenn ich das jetzt mal Richtig überschlagen habe Da ist auf jeden Fall Schon mal ein Flugzeug weg Nur da ich das Hier die Tasse gedrückt habe Und ja Dann Man muss aber auch sagen Es gibt hier auch Nachteile in Zukunft Nämlich die Preparation Time Diese hier Wird dadurch Um 50% verlängert Dann ist es eben Hier wenn es 10 Sekunden sind Sind es danach 15 Wenn es 15 Sekunden waren Sind es danach 22,5 und so weiter Das ist sehr komplex Ich glaube das sprengt fast schon Den Rahmen dessen Was wir euch hier vorstellen Wir werden sicherlich Ihr werdet das in dem Livestream Sicherlich bei uns Nochmal genauer gezeigt Und erklärt bekommen Und gegebenenfalls wird es vielleicht sogar Zur reinen Ante Er nochmal ein eigenes Video geben Das muss man mal sehen Aber Einen Hinweis noch Und den finde ich ganz wichtig Wie immer Wenn die Captain Skills Umgearbeitet werden Habt ihr die Möglichkeit Euren Captain kostenlos zurückzusetzen Aber Und jetzt kommt das aber Das ganze Dieser Rabatt Des kostenlosen Umskillens Ist nur bis zum 29. August Verfügbar Und ihr müsst ihn aktivieren Diesmal Er wird euch nicht automatisch Zur Verfügung gestellt Sondern Ihr müsst In diesem Beitrag Den wir euch zeigen Auf der Wargaming Seite Den wir auch verlinken Natürlich unter diesem Video Da müsst ihr beantragen Dass die Fertigkeiten Zurückgesetzt werden Und dann könnt ihr Alle eure Captains Quasi bei der Gelegenheit Gleich mal umsonst umskillen Auch ein netter Nebeneffekt Finde ich Heißt also Wenn ihr jetzt Das Video fertig geguckt habt Oder ihr drückt kurz Pause Gleich auf die Anmeldenseite gehen Worldofwarships.eu Anmelden Auf den Artikel klicken Den wir euch unten In der Beschreibung verlinkt haben Runterscrollen Ungefähr auf die Hälfte der Seite Auf den orangen Button drücken Jetzt sofort Egal ob ihr jemals Irgendwas umskillen wollt Oder nicht Ihr könnt auf jeden Fall Kostenlos irgendwelche Reservekapitäne Resetten Und all so ganzen Kram Ja Also Das würde ich auf jeden Fall nutzen Egal ob ihr es wollt oder nicht Das kann sich ja durchaus mal ergeben Ja Ich habe mich da schon eingetragen Deswegen Brauche ich das jetzt nicht mehr tun Kommen wir zum nächsten Punkt Nach dem umfangreichen Anti-Air Änderungen Gibt es noch ein paar andere Sachen Die sie so Eingeführt haben Oder einführen werden Der Chat Im Game Also der Gefechtschat Wird überarbeitet Lange lange gefordert und gewünscht von den Spielern Die einfach nur noch genervt sind Wenn da einige Leute das Ding zuspammen Und dieses Besonders dieser Befehl Achtung im Quadrant sowieso In Millisekunden Takt reinkommt Also was passiert Man kann es auch auf der Grafik ein bisschen sehen Man kann einige Sachen einstellen Also ich kann zum Beispiel bestimmte Spieler ausblenden Blocken Ich möchte von denen dort während des Gefechts nichts lesen Und ich kann bestimmte Sachen auch einstellen Zum Beispiel das System wird jetzt eine Begrenzung hinzufügen Wie oft man eben diesen Spam-Befehl Achtung im Quadrat Im Quadrat in kürzester Zeit einsetzen kann Also das ist vielleicht nicht so ganz verkehrt Ich denke das ist aber auch nur der erste Schritt Weil sie haben ja schon vor einiger Zeit gesagt Dass man da noch ein bisschen mehr was machen kann Vielleicht auch farbliche Einstellungen etc Aber wir freuen uns erstmal darüber Dass es diesen ersten Schritt geben wird Und gleich der nächste Punkt dazu Auch im Hafen hat sich ein bisschen was getan Es gibt zwei Änderungen Zwei prägnante Änderungen Ihr kennt das schon aus den letzten Updates Sie sind dabei den Hafen immer weiter zu optimieren Und zu modernisieren Weil das Spiel einfach auch sehr viel komplexer geworden ist Und gerade diese Komplexität haben sie jetzt dazu genutzt zu sagen Wir werden den Forschungsbaum mal überarbeiten Weil der war Es gibt sehr viele Spieler Die alle Schiffe im Spiel haben Und wo es einfach sehr umfangreich ist Und sehr unübersichtlich Und deshalb haben sie den Forschungsbaum jetzt ein wenig aktualisiert Man kriegt die Flagge der Nation Von der ausgewählten Nation Die man sich anguckt im Hintergrund Und man kann ihn horizontal und vertikal scrollen Ähnliche Sachen Und genauso haben sie dann das Karussell im Hafen Für die Schiffe etwas überarbeitet Das Filtermenü ein wenig noch verbessert Wenn zum Beispiel kein Schiff da ist Was ihr mit einem Filter auswählen könnt Und ihr habt dafür gar keins Dann wird dieser Filter auch direkt inaktiv Das heißt ihr könnt ihn dann gar nicht erst wählen Also es wird ein bisschen euch angezeigt Was ihr denn überhaupt habt an Möglichkeiten Solltet ihr zu einem bestimmten Schiffsstufe Sagen wir mal T3 Keine passenden Schiffe haben Dann könnt ihr das auch nicht auswählen Ja, das ist aber prinzipiell auf jeden Fall eine coole Entwicklung Auf jeden Fall Wie ich denke Und auch die Atmosphäre jetzt in den Forschungsbäumen Finde ich eigentlich ziemlich cool und angenehm Ihr konntet es ja auf dem Testserver schon mal antesten Wir haben es euch in einem Livestream vom Testserver aus gezeigt Und ihr habt es auch in dem Video vom Forschungszentrum Über das Forschungsbüro So heißt das Ja, auch schon mal gesehen Wie das jetzt in Zukunft aussehen kann Ein ganz kurzer Hinweis noch Das ist eben ein bisschen untergegangen Es gibt natürlich noch viel mehr Änderungen Bei dieser bescheidenen Flugabwehr Oder bei dieser Änderung Da sind wir jetzt nicht weiter drauf eingegangen Da gibt es noch Änderungen an Flugzeugträgern und so weiter Wir hatten euch auch schon mal ein Video Zu dieser neuen Anti-Air-Geschichte gemacht Von daher Ich will es dabei bewenden lassen Wenn ihr da noch viel mehr Informationen haben wollt Weil der defensive Flaggfeuer wird sich auch ändern Dann einfach da reingucken Das kann ich euch empfehlen Und dann schauen wir weiter Ob wir dazu wirklich nochmal ein separates Video machen Das müsst ihr dann requesten Unter diesem Video hier am besten in den Kommentaren Genau Oder ansonsten einfach mal im Livestream nachfragen Und dann kann man sicherlich das eine oder andere dort auch nochmal gut erklären So ist es Ja und dann geht es weiter Und zwar mit der Waffenkammer Schiffe! Es gibt Schiffe! Es gibt Schiffe! Mal wieder Mir ist es immer das Wichtigste für die Leute Die wollen neue Schiffe Und es kommen gleich zwei neue Schiffe Genau Und zwar einmal der TC-Kreuzer Smolensk Mit neuartigen Geschützen Nämlich vier Rohren in einem Geschütz 130mm Kanonen 244.000 Kohle dürft ihr investieren Und dann habt ihr diesen Kreuzer Ja Im Hafen stehen Richtig cool Ich habe den nur schon ein paar Mal gesehen Und wir haben ja auch einen Freibeuter bei uns Im Clan Der hat schon ein bisschen was darüber berichtet Ja Nebel ist dabei So eine Sachen Also der hat Ihm extrem viel Spaß gemacht Glaube ich So wie er berichtet hat Und das was ich sehen konnte Ja Ist einfach eine tolle Sache Müsst ihr selber wissen Ob ihr Kreuzer haben wollt Ist jetzt möglich für Kohle Gab jetzt gerade erst ein Kohle-Event Ihr könnt jetzt wieder Kohle mit den Sprints erfahren Also von daher Vielleicht habt ihr die Möglichkeit Wenn nicht Ja Dann einfach warten Geht so schnell bestimmt auch nicht wieder aus dem Spiel raus Die Kohleschiffe sind bis jetzt alle erhalten geblieben Und wurden nicht wieder entfernt Oder so eine Sachen Von daher Erstens das Und wir kennen ja in dessen Wargaming Früher oder später Sind die letzten Kohleschiffe dann auch immer Im Store für Geld zu haben gewesen Ja Wobei das hier T10-Schiffe sind Man weiß natürlich nicht Irgendwann ist T10 vielleicht auch mal im Store Ja Ja wir wissen es nicht Genau Es gibt noch ein Schiff Das aber nicht für Kohle Sondern für Stahl Genau 25.000 Einheiten Stahl Müsst ihr investieren Und dann bekommt ihr quasi die amerikanische Schimmerkase Ewig weite Torpedos 16,5 Kilometer Reichweite Ja Kann sich auch ganz gut verteidigen Mit 827 Millimeter Hauptgeschützen Einen coolen Motorboost Gibt sicherlich schnellere D-Ds Aber die Entdeckungsreichweite von Metall Ist halt für amerikanische Verhältnisse Sehr, sehr gering 5,8 Kilometer Ist richtig cool Amerikanischer Nebelerzeuger Also langer Nebel Richtig schön Ich weiß es gibt auch noch andere amerikanische Störer Die relativ gering entdeckbar sind Aber das war jetzt eine Sache Die mir hier besonders positiv aufgefallen sind Ich finde das Foto hier auch wieder cool Was sie auf die Homepage gesetzt haben Hat so eine richtig schöne Atmosphäre Das müssen sie mal wieder zum Runterladen anbieten Wie ich persönlich finde Naja Das sind die Schiffe Ihr habt euch sicherlich schon informiert Schreibt uns gerne unter dieses Video In den Kommentaren Ob ihr euch ein Schiff kauft Oder ob ihr genervt seid Wie viele Schiffe Wargaming inzwischen ins Spiel bringt Da kann man ja auch wieder geteilter Oder verschiedener Meinung sein Sie arbeiten an dieser Diversifikation Könnte man sagen Nicht jeder von euch soll wieder jedes Schiff haben können Oder muss eben lange dafür arbeiten Das ist eigentlich das Ziel Glaube ich, was Wargaming hat Dass sehr viele verschiedene Schiffe vor allen Dingen im Spiel sind Und nicht Ich sag mal Das eine Schiff kommt raus Und dann fährt 50% der Spielerschaft nur noch dieses Schiff Sie wollen halt immer viel verschiedene Optionen anbieten Finde ich grundsätzlich gut Aber was mich dabei stört ist Ich habe jetzt ein Schiff im Store für Kohle Und überlege Kaufe ich mir das oder kaufe ich nicht Ich weiß aber nicht Was in zwei Monaten für ein Schiff rauskommt Deshalb kann ich meine Kohle jetzt sparen Und kann hinterher enttäuscht sein Oder ich gebe sie jetzt aus Und bin dann auch enttäuscht Weil dann Besseres kommt Wenn ich einen Überblick hätte Was kommt im Laufe des Jahres noch an Schiffen Und ich bin auf eins besonders scharf Na dann würde ich natürlich auch sparen Und würde mir vorher keins holen Weil ich gar nicht die Möglichkeit habe So viel Kohle in der kurzen Zeit zu verdienen Und weil es halt nur alle halbe Jahre Mal einen Coupon gibt Also insofern Es ist noch nicht bis zum Ende durchgedacht Finde ich Kann ich verstehen Dass mancher Dass manch einer dann auch ein bisschen Verdruss in sich trägt So Jetzt schon wieder ein Kohle Schiff Ich habe es doch gerade erst ausgegeben Verstehe ich schon Also kann ich gut nachvollziehen Ich habe auf die Yoshino gespart Habe jetzt glücklicherweise Schon wieder ein bisschen was an Kohle zusammen Aber ja Man darf auch nicht vergessen Es sind ja weitere Schiffe in Entwicklung Die wir euch neulich erst vorgestellt haben Da wissen wir überhaupt nicht Wofür die kommen Wir wissen auch final noch nicht Wofür die Siegfried kommen wird Auch wenn es ein T9 Schiff ist Und es sehr wahrscheinlich Free XP werden Also Mein Gedanke ist zumindest so Dass es sehr wahrscheinlich Free XP werden Aber Wir wissen nicht final Ob es nicht dann doch Für Kohle kommt plötzlich Ja Man kann sich auch mal überraschen lassen Und Naja Also Überlegt gut Ob ihr diese Schiffe haben wollt Schaut euch vielleicht nochmal Das ein oder andere Replay an Ja Und Ich persönlich Weiß noch nicht genau Ob ich mir die Smalllands Kohle Wenn ich sie mir hole Dann gibt es dafür natürlich Auch wieder eine Schiffseinweisung Bei uns hier auf dem Kanal Genau Bevor wir jetzt zu Pan Europa kommen Und der Andi euch gleich erklären wird Was es damit auf sich hat Will ich noch die wichtigste Änderung Dieses gesamten Updates Kurz erwähnen Nämlich die Nebelerzeuger Auf der Perth Haider und Huanghe Heißen sofort Schleichfahrt Nebelerzeuger Also das müsst ihr euch bitte Groß ausdrucken Und übers Bett hängen Weil es ist ganz wichtig Dass der Name sich geändert hat Jetzt aber zu den wirklichen News Nämlich Was ist Pan Europa Und was ändert sich denn da Ich dachte die wirklichen News Sind die Aufnäher Stimmt Die haben wir jetzt einfach mal übersprungen Also Es gibt ein paar Aufnäher Die konntet ihr bisher In den täglichen Containern gewinnen Und wenn man sie jetzt Nicht da drin bekommen hat Kann man sie sich jetzt Auch in der Waffenkammer kaufen Ja Genau Spannend Gut Richtig spannend Jetzt passiert das Was ihr bei uns Schon vor einiger Zeit Erfahren habt Beziehungsweise Auch bei anderen sicherlich Die pan-europäische Nation Kommt Ins Spiel Und der erste Teilnehmer Wird die Pliska Wiska sein Ist ja jetzt noch Die polnische Nation Und wird dann In die pan-europäische Überführt Der Kapitän Der jetzt ja Pole ist Ja Wird dann Europäer Und Kann dann In allen zukünftigen Schiffen Die in diese Pan-europäische Nation Ja Integriert werden Äh Hin und her springen Und Es gibt schon Eine versteckte Ankündigung Für das nächste Pan-europäische Schiff Weil die beiden Schiffe Die jetzt mit dem Update kommen Das reicht ja gar nicht aus Ich blätter hier mal Auf einen anderen Reiter Ja Nämlich die Einladung Ins niederländische Maritimuseum Ähm Ja Ähm Was soll das sein Hier steht versteckt Etwas ganz interessantes Nämlich Anlässlich der Einführung Und des ersten niederländischen Schiffs T9 Friesland Am 14. September Ja Findet diese Ähm Museums Äh Besuch statt Heißt Am 14. September Könnt ihr dann mit dem T9 DD Friesland rechnen Wer weiß wofür Vielleicht auch für die XP Ist ja ein T9 Schiff Man Hat ja aktuell Zumindest weiß ich nicht Wofür die Friesland kommen soll Vielleicht kommt sie auch für Geld Ja Wer weiß das schon Ähm Nur für echt Geld Oder Ja Keine Ahnung Also ich finde es ganz interessant Dass sie sagen Okay es gibt Nationen Den werden wir halt nur ein Oder maximal zwei Schiffe zuordnen Da macht es keinen Sinn Einen eigenen Forschungsbaum Dafür aufzumachen Ja Das macht es nur kompliziert Also fassen wir die jetzt mal In Paneuropa zusammen Haben einen polnischen Äh Zerstörer drin Haben was niederländisches Da kommt sicherlich noch Vielleicht die bulgarische Flotte Oder was auch immer dazu Die ungarische Ist ja schon angekündigt Wunderbar ist die Flotte Aber zumindest ein Schiff Die Weribus Junitis Wird auch definitiv Ein panneuropäisches Schiff Das hatten sie schon gesagt Und Ihr wisst ja selbst Ne Wenn ihr so ein bisschen Auf die Wargaming Seite guckt Äh Das mit den U-Booten War auch abzusehen Nachdem sie ständig In ihrer In ihrem Newsartikel Für Marinehelden Dann U-Boote gezeigt haben Zwei Stück hintereinander War mir fast schon klar Dass irgendwas mit U-Booten Demnächst kommen könnte Und Ja Äh Da haben sie auch mal Schweden drinnen gehabt Da haben sie Niederlande Drinnen gehabt Und 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 Also Da kommt noch einige Spanien Haben sie übrigens da auch schon Vorgestellt Also Könnte durchaus sein Dass demnächst auch mal Spanisches Schiff dabei ist Oder so eine Sachen Naja Das ist eigentlich das Was man zum Pan-Europa Sagen kann Die Flaggen Stimmausgaben Und so weiter Bleiben individuell Die Uniformen Bleiben individuell Aber sie werden halt Unter einer Flagge segeln Ganz nach dem Motto Europäische Union Naja Und wer jetzt die Blüschkewitzke hat Kann natürlich seinen Käpten da drin Hochtrainieren Und kann den dann Pan-Europäisch Zum Beispiel auch Auf die Friesland packen Also Das ist natürlich Ein großer Vorteil Äh Dass man da jetzt Quasi so eine eigene Nation Oder übergreifende Nation Hat Wo man die Captains Dann auch hin und her Schieben kann So ist es Und dann gibt's Und jetzt kommen wir noch Zu den letzten Änderungen Und Verbesserungen Die es diesmal Aber durchaus Nur mit ein Zwei Sachen In sich haben Genau Eine Sache Ist eine rein optische Sache Und die erzähle ich nur Weil ich mich darüber So richtig begeistere Ist die Graf Spähtarnung Ich blende sie euch Gerade einmal ein Äh Die werde ich mir bestimmt holen Wenn sie nicht irgendwie Zu erspielen ist Werde ich sie mir kaufen Da bin ich mir recht sicher Äh Weil ich sie einfach cool finde Die Tarnungswerte Und so weiter Seht ihr hier gerade Alle eingeblendet Das zeige ich die ganze Zeit Schon mit dem Mauscursor hin Es gibt noch viele weitere Schiffe Die jetzt verändert wurden Dann ist schon der nächste Punkt Es wurden Schiffe Für Community Kontributoren Und Supertester hinzugefügt Nämlich die italienischen Kreuzer Von T1 bis T10 Das geht jetzt super schnell Muss man ganz ehrlich sagen Gerade erst angekündigt Jetzt sind sie dann schon dabei Und hier auch die Premium Schiffe Die Genova Und die Der Zerstörer Der Premium Zerstörer Hier T10 Äh Also das ist jetzt die erste Runde Supertest Für die Italiener Ähm Ja Kann man gespannt sein Ihr werdet sie also dann Demnächst nach dem Update Auch durchaus mal Auf dem Live Server Antreffen können Und dann werden wir sehen Wie stark oder schwach Die Italiener Tatsächlich sind Da waren wir ja sozusagen Vor den Supertestern noch dran Und haben sie schon Auf dem Test Server Ein bisschen testen können So ist es wohl Zumindest auf dem Auf dem Test Server Auf dem Live Server Ist es ja Kommt es jetzt erst Aber auf dem Test Server Durften die Supertester Ich glaube ich Früher schon ran Bevor wir gleich Zu Yoshino kommen Was durchaus interessant ist Für alle die sie haben Oder sich holen wollen Gibt es noch Ein, zwei andere Sachen So allgemeiner Art Die Symbole für Granaten Raketen und Bomben Wurden aktualisiert Müsst doch mal drauf achten Dass sie dann Ein bisschen anders aussehen Was ich aber interessanter finde Ist die Leistung Des Webbrowsers Im Spiel Wird durch Hardwarebeschleunigung Erhört Da gibt es ja Sehr viele Leute Die immer sagen Oh mein Gott Wenn ich jetzt Ingame Dann etwas aufrufen will Wie zum Beispiel Die Waffenkammer Oder Der Premium Store Und so weiter Dann ist das Furchtbar ätzend Wir werden sehen Ob sich da wirklich Essentiell was ändert Aber Uns ist aufgefallen Yoshino Und da haben wir vorhin Extra nochmal geguckt Was hat es denn Damit auf sich Hier steht Falsches Kaliber Der Granaten Des japanischen Kräußers Yoshino Korrigiert Es entspricht Nun 310 Millimeter Diese Fehlerbehebung Führt zu einer Leichten Erhöhung Des Zündgrenzwerts Und der Durchschlagskraft Der panzerbrechenden Granaten Ich habe jetzt extra Vorhin In das Spiel geguckt Da steht schon Überall 310 Millimeter Das heißt Die Anzeige war richtig Aber die Berechnung Dahinter wahrscheinlich nicht Und ihr habt es ja schon Mitbekommen In der Vergangenheit Bei den Kreuzern Gab es immer diese Probleme Dass da 310 Oder 305 stand Das waren aber 310 Millimeter Das war bei der Yoshino Aber nicht so Da haben sie wahrscheinlich 305 Millimeter eingebaut Und 310 angezeigt Ja Also keine Ahnung Irgendetwas Im Hintergrund Hat sich verändert Wird hier nicht ganz klar Dargestellt Aber wir vermuten Dadurch dass sie An der Durchschlagskraft Und an dem Zündgrenzwert Das ändern Scheint es mir so zu sein Dass tatsächlich Die Mechanik Für diese Granaten Nicht auf 310 Millimeter Geeicht war Sondern auf 305 Millimeter Und damit wird die Yoshino Bei der AP Eine Ecke stärker werden Wie gesagt Der Zündgrenzwert Kann auch ein Nachteil sein Wenn ihr die falschen Schiffe Mit den Granaten beschießt Dann wird die Granate Möglicherweise gar nicht scharf Und kann gar nicht explodieren Und gibt einfach nur Ein Overpenner So 10% Alpha Damage Ja Das ist wirklich interessant Das hat Uwe eben gesehen Weil ich hab's anders gelesen Und deswegen Ja Danke Uwe Gerne Es gibt noch weitere Korrekturen Und zwar einmal Für die Letterible Da ist der Zielwinkel Für die Torpedowerfer Verändert worden Oder korrigiert worden Der war wohl offenbar Auch nicht ganz richtig Ja Muss man im Spiel gucken Und es gibt noch Und es gibt noch einen Fehler Den sie behoben haben Dass Bomben manchmal Außerhalb des Zielbereichs Trafen Das heißt Flugzeugträger Ich fliege an Sturzbomber Und dann treffen Bomben Rechts und links Davon Das darf natürlich auch nicht sein Und da haben sie Das haben sie quasi Auch nochmal geändert Alles andere ist Sehr viel kosmetischer Art Sag ich mal Eine Sache Ja Eine Sache Die Q&E-Geschichte Das habt ihr bei mir Im Livestream Mindestens dreimal gesehen Da ich plötzlich Mit meinem Schiff Ganz anders dastand Als ich das wollte Weil mein komischer Mein komischer Truder Anders korrigiert hat Als ja Eigentlich vorgesehen Und deswegen Haben sie Ja Haben wir halt Den Fehler gesehen Und jetzt wird er halt behoben Hier wird jetzt nur Von Tönen gesprochen Die sich verändern Aber Wie gesagt Ihr habt es bei mir Im Livestream gesehen Dass ich wirklich Nach links gedrückt habe Ich habe da nicht Eine Steuereingabe Nach rechts gemacht Und plötzlich war der Druder Trotzdem nach rechts Weil er plötzlich meinte Er müsse mir ausweichen Ich habe keine Kollisionsgeschichte aktiviert Also ich habe es dann Sogar in dem Livestream gezeigt Dass ich die ausgeschaltet habe Und der Druder Trotzdem plötzlich nach rechts stand Ich gehe davon aus Dass das alles Auf einmal jetzt behoben Wird Und damit die Geländekollisionsgeschichte Wieder eine Der Geschichte angehört Ich meine Ich beetsche immer noch gerne Aber dann halt auch Weil ich selber verschuldet habe Und nicht Weil die Mechanik Falsch funktioniert dahin Also denkt dran Donnerstag Von 7 bis 10 Uhr Sind die Silver Down Die unvermeidlichen Fragen Werden garantiert kommen Wieso komme ich nicht ins Spiel Die kommen immer Wahrscheinlich so lange Wie es das Spiel gibt Aber Denkt dran Ein Gigabyte Und Dann gibt es jede Menge Änderungen So ist es Und jetzt Soll es eigentlich gewesen sein Von unserer Deep Talk Runde hier Wir haben versucht euch das Kurz und knapp Mit ein Zwei persönlichen Meinungen Und Anmerkungen Und Erfahrungen Auch schon vom Test Server Euch nahe zu bringen Ich hoffe es hat euch Oder wir hoffen es hat euch gefallen Wenn ihr dazu Fragen habt Dann gerne Kommentare Unter dem Video Bei uns im Discord Bei den Sea Crowds Oder auch gerne Beim nächsten Livestream So Genau so ist es Das war es eigentlich von uns Wir haben 40 Minuten Video Trotzdem voll bekommen Es ist ein bisschen viel Es sind aber auch eine Menge Änderungen gewesen Wir haben die Deep Talk Auch schon mal viel kürzer hinbekommen Ich hoffe ihr seht uns danach Und ja Dann sehen wir uns im Livestream In den nächsten Videos Hier auf dem Kanal Haut rein Bis zum nächsten Mal Euer Sea Crowds Team Euer Uwe Und euer Andi Ciao Ciao